Bin dieses doof? So, wenn wir diese Tür öffnen. Ich glaube mit Befehlen da, äh, nein noch nicht. Also doch, ich könnte glaube ich schon Befehle einführen. Aber wir müssten mal gucken. Ach, ein Wurfmesser wird da mit? Ach, das war der Herr Wurfmesser, man. Okay. Ja, ja, hallo, ich war kurz ein Eunuch. Ne, nur mal sowas, Information. Das war, das ist schon schön. Sehr schön, dann können wir jetzt einfach mal durch die Lund. Ich will klettern, danke sehr. Was gibt's denn hier zu sehen? Eine Tür, die hat nichts. Das ist keine Tür, danke sehr. Wir machen hier mal Corverbeard durchs Gemüse. Geladet. Wir dürfen uns hier hinsetzen, ne? Und gucken, was passiert. Ich war, seist du Meer, Wüste, Kobra, Taube. In jeder Gestalt umarme ich dich. Hallo, kennen wir uns? Komm, sei nicht schüchtern. Ich beiße selten und hinterlasse keine Narben. In der Öffentlichkeit scheint es nichts Privates zu geben. Wie bist du an diesen Brief gelangt? Wer hat dich dazu angestiftet? Ich arbeite im Dunkeln, um dem Licht zu dienen. Ich traf auf die Männer, die dem Licht dienen. Es scheint, sein Glanz macht viele von ihnen blind. Sind deine Meister derart geblendet und töppelhaft? Du wurdest gewarnt, du Sohn einer Hündin. Komm, Arieb. Wir wollen nicht für Gerede sorgen. Du bist es, der nicht aufhört zu reden, selbst wenn ich dich um Stille anflehe. Du verschmähst den Rat desjenigen, der dich erhob und ohne den du noch immer ein Nichts wärst. Ich erhob mich selbst. Ich verfasste mich selbst. Ich habe mich selbst in die Geschichte geschrieben. Du bist aus meinen Seiten verbannt. Hinfort! Wie kann ich dich Wölfen wie ihm überlassen? Du bist eine Frau, allein, unbewaffnet. Worte sind mir Waffen genug. Dann sehen wir mal, welchen Schutz sie dir bieten. Hackt sie! Die Saida wird woanders erwartet. Und du hältst sie auf. Anscheinend können Worte Schilde herbeirufen. Bringen wir das schnell hinter uns. Naja. Ey. Kommen Sie bitte! Noch mehr. Mach Fahrt hier. Oh, der will jetzt mal ein bisschen was haben. Ja, aber gucken wir jetzt mal. Nicht? Oder doch, würde ich mal behaupten. Ich bin zum Geheimtreffen gegangen. Jetzt aber schnell. Der Brief befahl Athalab, dem Garten zu verlassen und der Maus zu folgen. Vielleicht ist sie mir doch noch nicht entwischt. Nachfolgerungsgebiet. Ähm. Ach, die Mäusebilder. Ey, was sind denn für Mäusebilder hier? Hä? Ach, da... Das sind doch Hasen. Oder sind das Mäuse? Für mich sind das jetzt Hasen oder sowas. Ja gut, könnten... Ja doch, das sind Mäuse. Sorry dafür. Jetzt folgen wir also auch Tiere. Cool, jetzt können wir Tieren sprechen. Keine Scheiße. Äh. Machen kurz uns ein bisschen unsichtbar mit dem Bild. Darf ich mal? Wir werden gut aufpassen. Halleluja. Mein Gott, es wird hier aber wieder Party gemacht. Ich kriege das nicht ein. So, kommen wir hier irgendwo kurz mal durch um uns hier... Ah, 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 ah. Oh, 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 oh. So. Also nach mir. Ja, jetzt nicht mehr. Aber eventuell auch schon. Das ist ein bisschen doof, weil diese Leute sind gleich noch hier. So, ich bin jetzt wieder unsichtbar und gehe eigentlich gut durch die Hülle. So. Ja, dann mach mal hinne. Ich brauche auch noch mein Abendessen, ne? So. Oh, nö. Der Nächste, oder was? Hey. Darf ich bitte sehr mal ein bisschen meine Privatsphäre haben, ohne hier irgendwas getan zu haben? Ich glaube, TikTok kommt nicht durch. Naja. Auch nicht schlimm. So. Dann haben wir den ganzen kurz getragen hier, ne? Finde ich auch in Ordnung. Und jetzt müssen wir hier mal kurz wieder uns 80 Meter... Die sind... Irgendwie sind gerade 80 Meter gerannt. Oha. 80 Meter durch die Wüste. Ja, kann ja heiter werden hier. Dann rennen wir wieder am Anfang, oder was? Ich hoffe nicht. Doch. Ne. Ich schütt noch mal. Okay, wir haben es leider verpennt. Weil wir da blödeweise wieder verfolgt werden mussten. Na ja. Okay, da hinten durch. Ja, ich kenne es so. Auch hier durch. Äh... Da war, glaube ich, irgendwo an der Wand, oder so? Nö, warte mal kurz. Ist noch mal für ganz doofe hier. Hier doch hier durch. Ach, da haben wir den nächsten. Ja. Ja. Hier ist kein Mäuseybärchen unterwegs. Leider Gottes. Entschuldigen Sie dafür. Wo ist denn das Nächste? Ah, so haben wir den gefunden. Cool. So, haben wir hier irgendwo noch ein wunderschönes Artefakt an den Wänden, die wir Ihnen folgen dürfen? Wenn nicht, wird es langsam ein bisschen kritisch hier. Ähm... Wo haben wir das Nächste hier? Ja, und jetzt wird hier kein einziges mehr angezeigt. Äh, warum ist das jetzt plötzlich so? Servus, Niklas. Einen wunderschönen guten Abend. Wir suchen gerade Wandmalereien. Aber... Hier am Esel das letzte Mal war das haben wir blöderweise hier. Hier da haben wir das Letzte gesehen. Da an der Wand. Hier. Ach, da hinten. Na, danke sehr. Das Glück ging ich wieder zurück. Wäre doof, wenn wir jetzt nicht da wieder zurückgegangen wären. Okay, da hinten ist das Nächste. die nächste Mance an der Wand. Das ist schon eine Quest, die... Wuff. Ein bisschen fordert hier. Heißt das, wir müssen hier durchgehen? wie jetzt? Wie jetzt? Heißt das in diese Richtung? Also... Ich glaube, man will mich verarschen. Und dann müssen wir das Ding zuerst hier wieder wegnieten. Was ist denn jetzt los? Oh, wir haben umgefallen. So, ich dachte jetzt hier... Oh, ich dachte, wir können den Mäusebilder feuern, aber sowieso nicht. Okay. Hä, jetzt haben wir hier... Gut, das war der, ne? Und hier haben wir eine in der Wand. Das heißt für mich, wenn wir hier einen an der Wand haben, an der Waffel, müssen wir da nach oben gehen oder... oder... total... oder bin ich total doof? Da an der Seite. Müssen wir dann trotzdem vielleicht da... da nach hinten? Ich weiß es nicht, ne? Ich bin zu doof. Ich kriege die Krise hier. Und hier ist auch nichts mehr. Ah, wo sind denn diese wunderschöne... Ja, da. Danke sehr, ne? Ich würde behaupten, wir müssen es da hinten lang. Und von da sind wir auch gekommen. Ich check's ja gar nicht, wo wir jetzt hin müssen. Da ist auch noch einer. Du solltest ihn vor das Maserlin-Gericht schleifen. Aber er denkt nur an meinen Ruf, Sarah. Um den Erfolg zu wahren, muss ich umgänglich sein. Diskret. Er fürchtet, ich sei zu stolz. Du? Niemals. Ich schreibe, dass die Liebe wild und frei ist. Unberührt von Gesetz und Gebot. Sollte ich mich darin nicht auch üben? Übung macht den Meister. Aber auch Feinde. Dann sei es so. Aber lass mich sie wählen. Höflinge, Kalifen, Gönner, Partner. So viele Männer haben versucht, meine Feinde zu bestimmen. Und meine Freunde. Auch wenn Allah weiß, dass ich einmal schlecht wähle. Er verstellte sich gut. Und Dichter brauchen Gönner. Selbst so große wie Arthalab. Nun, ich habe mich entschieden. Gut. Es stehen schwere Zeiten bevor. Sorge dich nicht. Sechs Kalifen habe ich überlebt. Ich überlebe... Sechs weitere. Keine Angst, Zahra. Ich küsse die Ringe, die ich küssen muss. Aber ich lasse mich nicht wieder fesseln. Von niemandem. Geheimtreffen, Decknamen, doch keine Spur des Ordens. Aber sie hat eine ganze Reihe an Gönnern. Vielleicht steht nicht Arif selbst an der Spitze des Ordens, sondern ein Bewunderer. Können wir hier mal klopfen? Geht nicht, ne? Wäre jetzt doof gewesen. So, wenn hier immer jemand die Wachen rufen will, dann nehme ich mal kurz ein wunderschönes Gemälde von mir an der Wand weg. Und dann geht es auch wieder besser. So, das hier schwuppsiwupps weg. Genau, würde ich auch mal fragen, aber kann ich nicht sagen. So, ach, wir haben hier ein Upgrade. Na gut, das ist halt schon... Ne? Talisman. Oh, gibt es noch ein Meister? Stühler-Talisman und wir haben hier Antas-Täter-Talisman. Aller Mut. Da sind wir schon besser als hier, oder was? Ne? Wir haben jetzt hier schon Wimpel, oder wie man es nennen könnte. Gott, wir steigen auf und auf und auf in Verkleidungsfarbe. Ich finde das schon mal nicht schlecht, ne? Da haben wir ein bisschen Touch und so drinne. Ist eigentlich auch mal gut. Oh, ach, hier sieht man einen verborgenen Rang. Ach so! Wusste ich gar nicht. Also wirklich, das ist kein... Wusste ich nicht. Fertigkeiten. Na gut, müssen wir auch mal richtig im Knöpfchen klicken. Machen wir es mal so. Da können wir drei aussuchen. Aufmerksamkeit. Danke. mean, Herr Wein.